Aktuell ist die Posterausstellung Keramik braucht jeder, Keramikherstellung in Altenbach, Bennewitz und Brandes von 1845 bis heute in den Räumen der Standortinitiative Wurzen und Wurzner Land e.V. zu sehen. Die Ausstellung thematisiert in Text und Bild die Keramikherstellung und die bedeutenden Unternehmen der Region. 2019 vor dem Wurzner Landfest in Bennewitz entstand die Idee, diesen Teil regionaler Industriegeschichte näher zu beleuchten. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir ja eine ausgeprägte Keramikindustrie hier in der Region haben, die eine lange Vorgeschichte, eine lange Geschichte hat. Und ich bin Wirtschafts- und Unternehmenshistoriker, spiele auf dem Feld Industriekultur hier eine gewisse Rolle, auch für unseren Verein Standortinitiative Wurzner und Wurzner Land. Und da bot sich die Frage an, warum haben wir eigentlich zur Keramikindustrie noch nichts sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht, obwohl das ja für Bennewitz, Altenbach, Brandes und darüber hinaus natürlich auch für Kolditz eine zentrale Thematik ist, also ein zentraler Industriezweig ist. Für die Gestaltung der Ausstellung konnte der Kurator auf mehrere Glücksumstände in Form von Keramiken, Dokumenten und Publikationen zurückgreifen. Es stellte sich heraus, dass der Großvater oder Urgroßvater ihres Mannes, langjähriger Betriebsleiter bei der Firma Hülsmann, der Keramikfirma in Altenbach und Bennewitz gewesen ist. Und dort hat sich bei Frau Eisentraut eine ganz tolle Dokumentensammlung, Materialsammlung, hat sich dort vorgefunden. Sie hat die auch inzwischen bearbeitet und hat die gerne zur Verfügung gestellt, sodass wir also wirklich exzellente Voraussetzungen hatten, um eine Ausstellung zu gestalten. Das ist ja immer das Problem, man kann sich ja viel theoretisch klar machen, was man zeigen könnte, kann Texte schreiben, aber die sind meistens sehr langweilig. Aber wenn man sozusagen mit solchen Dokumentengegenständen oder mit Keramikgegenständen von Gerd Wohlfahrt präsentieren kann, dann ist das eine ganz andere Situation. Ergänzt wurde die Ausstellung, wie hier im Rahmen der 600-Jahr-Feier in Altenbach, mit Stücken aus der Sammlung von Gerd Wohlfahrt. Zu sehen waren Keramiken für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke, vom Wasserkrug über die Tiertränke bis zur Gebrauchskeramik. Eine weitere Facette bildet die Herstellung von Baustoffen vom Dachziegel bis zur Hochtemperaturkeramik für industrielle Nutzung. Leider können die Ergänzungen aus Platzgründen aktuell nicht gezeigt werden. Die Initialzündung für den Beginn der industriellen Keramikherstellung in der Region war ein Zufallsprodukt der verkehrstechnischen Erschließung. Und Gustav Hargert und auch Karl Hargert waren ja mit die Initiatoren für die Eisenbahn, für den Eisenbahnbau Leipzig-Dresden. Und die Keramik-Geschichte, Keramik-Industrie in Bennewitz-Altenbach hat damit zu tun. Bei diesem Eisenbahnbau ist das Tonlager vorgefunden worden. Und während die Arbeitskräfte nicht sehr begeistert waren von dem Vorkommen des Tons, weil das hat ja die Arbeit wesentlich erschwert, war Gustav Hargert und auch Karl Hargert waren sofort der Meinung, da muss man was daraus machen, da kann man was daraus machen. Und haben dann eben ungefähr zehn Jahre später die Firma in Altenbach gegründet, 1845. Fast 180 Jahre ist es her, dass die Produktion von Keramik im Wurzner Land startete und bis zum heutigen Tag ist sie existent und natürlich mit einer veränderten Unternehmenslandschaft verbunden. Im Lauf der Zeit wurde die Ausstellung um die Geschichte der Keramik in Brandes erweitert. Dazu beigetragen hat auch die Publikation Mitoko Brandes von Dirk Reinhardt und Hans-Werner Bersch. Und das Problem ist natürlich, dass dadurch keine solche Substanz entstanden ist, die dann erhalten geblieben ist und weiter ausgebaut werden konnte. Also in Bennewitz, das Keramikwerk ist dann eben in den 60er Jahren richtig modernisiert worden und ist dann auch unter Magintash, das war der vorherige Besitzer zwischen VWB und Rad GmbH, ist es also auch erneuert worden. Also vor allen Dingen dann von der Rad GmbH erneuert worden. Und da ist natürlich eine andere Situation für die Behauptung auf den internationalen Märkten. Und es ist kein Zufall, dass die Rad AG, also die Aktiengesellschaft, die in Wien sitzt, sind die eine ganze Reihe von Unternehmen weltweit, ich glaube in sieben oder acht Staaten, Ländern besitzt, dass sie sagt, also die sächsische Keramikindustrie, ob nun Bennewitz oder Meißen, Meißen spielt die Forschung eine größere Rolle noch, ist ganz wesentlich für uns als leistungsstörches Unternehmen, als leistungsstöriger Konzern auf dem Themenfeld Keramik. Im Anschluss an diese Präsentation in den Räumen der Standortinitiative sind weitere Ausstellungsorte geplant. Es gibt die Idee, auf jeden Fall für ein anderes Feld noch anzubieten, nämlich dass wir vor allem an die Schulen herangehen wollen. Es ist ja eine Industrie, die lebendig ist. Also Rad GmbH in Bennewitz ist ein spannendes Unternehmen. Und die Vorgeschichte und Geschichte ist auf jeden Fall sinnvoll zu zeigen. Und wir haben gestern gerade oder vorgestern mit der jetzigen Chefin, also Leiterin vom Jugendparlament, Lena Wagner, gesprochen und sie hat den Vorschlag gemacht, warum sollte man diese Ausstellung nicht auch nochmal im Gymnasium zum Beispiel zeigen, könnte man genauso gut im Gymnasium Brandes zeigen. Herr Jesse hatte die Idee, wenn der ehemalige Ratskeller in Brandes fertig ist, dass es dort nochmal gezeigt werden könnte. Also es gibt schon Möglichkeiten. Bis zum Jahresende ist die Posterausstellung während der Geschäftszeiten des Büros der Standortinitiative Wurzen und Wurznerland in der Dresdner Straße 50 zu sehen.